Georg Ratzinger im Regensburger Dom. Anlässlich seines 95. Geburtstages eine Messe mit Bischof Rudolf Voderholzer. Die letzten offiziellen Bilder des fast erblindeten früheren Domkapellmeisters. Ihr ganzes Leben sind die Brüder Georg und Josef Ratzinger eng verbunden. Auch als Josef Papst Benedikt wird, kommt der drei Jahre ältere Georg so oft es geht nach Rom. Das büdelige Beisammensein konzentriert auf das persönliche Gespräch und auf das Wissen, dass wir füreinander da sind. Und dass wir jetzt eine große Lebensspanne zusammen verbracht haben. Am 15. Januar 1924 kommt Georg als zweites Kind des Gendarmen Josef Ratzinger und seiner Frau Maria in Pleiskirchen bei Altötting zur Welt. Schon als Kind entwickelt er eine große Liebe zur Musik und spielt mit elf Jahren auf der Orgel in der Kirche. In Traunstein besucht er das Gymnasium und das erzbischöfliche Studienseminar. Genauso wie etwas später auch sein Bruder Josef. Dieses Vorangehen von ihm war für mich immer sehr wesentlich, sozusagen einen eigenen Weg finden zu können. In den Kriegsjahren ist die Familie getrennt. Georg wird zur Wehrmacht eingezogen. Nach dem Krieg tritt er gemeinsam mit seinem Bruder ins Priesterseminar der Erzdiözese München und Freising ein. Gemeinsam werden die Brüder 1951 von Kardinal Michael von Faulhaber zu Priestern geweiht. Auch die Eltern sind dabei. Während sich der jüngere Bruder Josef der Wissenschaft und einer universitären Karriere widmet, studiert Georg Kirchenmusik. Ich habe in meiner Laufbahn zum Priestertum hin durch immer wieder gebetet, lieber Gott, gib mir eine Aufgabe, wo ich beides miteinander verbinden kann. Das musikalische und das religiöse, missionarische, seelsorgliche. Sein Gebet wurde erhört. Bekannt wird Georg Ratzinger als Domkapellmeister der Regensburger Domspatzen. Von 1964 bis 1994 leitet er den weltberühmten Knabenchor, dirigiert rund 1000 Konzerte im In- und Ausland. 2017 wird das Ausmaß der dunklen Seite des Chores öffentlich. Im Zusammenhang mit der Aufklärung von Missbrauch und Gewalt bei den Domspatzen wird Georg Ratzinger vorgeworfen, weggeschaut zu haben. Opfer bezeichnen ihn als notorischen Schläger. Er selbst gesteht ein, Ohrfeigen verteilt zu haben. Der ursprüngliche Wunsch der beiden Brüder, ihren Lebensabend gemeinsam in Pendling bei Regensburg zu verbringen, wird nicht erfüllt. Beim Besuch von Papst Benedikt in Bayern 2006 besuchen sie gemeinsam Orte ihrer Jugend und das elterliche Grab. Als sich der Gesundheitszustand von Georg Ratzinger deutlich verschlechtert, kommt der Papst Emeritus überraschend von Rom nach Regensburg. Er will seinen Bruder noch einmal sehen, mit ihm beten und die Messe feiern. So bleiben die beiden Brüder bis zuletzt eng verbunden.